Was ist mit der Entscheidung, einen gemeinsamen Campus der Musik zu errichten, gemeinsam mit der Universität, mit der Entscheidung, einen offenen Ort zu entwickeln, ist viel mehr getroffen worden als nur ein Bauprojekt, sondern es geht um die Kernfrage, welche Rolle spielt eigentlich die Musik in unserer Stadt und Münster. Es ist wahrhaftig sehr musikalisch. Das ist die Hofschulmusik, das ist die Musik der Westfälischen Schule für Musik, das ist aber auch unser Sinfonieorchester, das Universitätsorchester und viele andere Chöre. Es ist die freie Szene, die unterwegs ist. Und das Ganze an einem beispiellosen neuen Projekt zu konzentrieren, wo eben Musik spürbar wird, ein Ort, der für alle zugänglich ist, ist zugleich auch ein Zeichen der Verbindung von Stadt und Universität und auch der Auftakt, im Grunde genommen das ganze Areal westlich des Schlossgartens umzuwandeln in sogenannte urbane Wissensquartiere. Was heißt das? Dass eben in diesen doch der Wissenschaft und Forschung dienenden Gebäude auch Kultureinrichtungen entstehen sollen, Gastronomie, Einzelhandel, Wohnen und damit das Ganze noch viel besser erlebbar wird. Diese Entscheidung ist für die Stadt und die Zukunft von erheblicher Bedeutung. Und ich weiß, dass es anstrengend sein wird, auch die Finanzierung hinzubekommen. Aber jetzt haben wir einen wichtigen Auftakt dafür geleistet, dass wir Drittmittel akquirieren können, Landesmittel, Bundesmittel, aber eben auch Sponsoren aktivieren können, die jetzt wissen, die meint es wirklich ernst. Und insoweit eine gute Zukunftsentscheidung für unsere Stadt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020